Was macht ihr denn hier? Ach ihr wollt sehen, wie ich euch das Fahrrad vorstelle? Das Engwie E26? Dann zeige ich euch das mal. Moin, mein Name ist Ron. Wieder ein neues Video auf dem Kanal Bike Van Live. Heute stelle ich euch das Fahrrad Engwie E26 vor. In meinen Augen der kleine Bumblebee von Transformer. Wird eine fette Sache, glaube ich heute, weil das ein Fettbike ist. Der Aufbau hat einigermaßen gut funktioniert. Ich war jetzt in dem Fall alleine, hatte ich mir so ein paar Hilfsmittel hingepackt. Wie gesagt, zu zweit macht sich das besser. Den Vorderreifen schön montiert, mittig gesetzt, Schutzweg angebaut. Die Lampe gleichzeitig mit montiert. Übrigens ein richtig fetter Klopper. Gefällt mir richtig gut. Macht auch geiles Licht. Der fette Gepäckträger, den hatte ich noch montiert. Mit Lampe. Hinten an den Gepäckträger geschraubt. Dann kriegst du noch zwei Kabelbänder, die mit dabei sind, weil du das Kabel noch mal neu verlegen musst. Der Ständer war noch separat. Den habe ich ran gemacht. Die beiden Pedalen, die sind ja immer einzeln. Die halt montiert. Den Sattel montiert. Dann habe ich den Lenker montiert. Alles so vernünftig ausgerichtet. Und jetzt steht es halt so, wie es hier steht. Was fällt mir persönlich als erstes auf? Das ist die Farbe. Die knallt richtig rein. Der Hersteller sagt, das ist ein Hummelgelb. Passt perfekt zu diesem Fahrrad. Mit dieser fetten Bereifung sind 26 Zoll mal 4. Mit einer richtig krassen Offroad-Bereifung. So richtig schön grobstollig. Das ganze Teil ist eher was fürs Gelände. Für den Straßenverkehr kann man das auch machen, aber das wirst du, glaube ich, erhören. Das ist eher für das Gelände gebaut. Dann sehen wir auch diesen fetten Gepäckträger noch. Der ist richtig schön montiert. Richtig robust gebaut. Sieht sehr, sehr massiv aus. Passt auch perfekt zu diesem Fahrrad. Was ich jetzt aber leider schade finde, ist, wir hätten nun eine Zuladung von 25 Kilo oder eine Maximalbelastung von 25 Kilo. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber so ist das halt. Wir haben ja auch eine 7-Gang Shimano-Schaltung mit dabei. Die funktioniert richtig gut. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist dieser Doppelschutz. Da kannst du dir nicht die Hose einklemmen oder sonst irgendwas. Schönen Grip an der Pedale. Hast du so schöne Noppen, die sich sozusagen fast in dein Profil von den Schuhen reindrücken. Wenn wir schon mal hier sind, den Akku. Der ist integriert in den Rahmen. Nicht integriert, sondern schön eingelassen in den Rahmen. Den kann man dann auch vernünftig rausholen. Machst den Schlüssel ran und dann können wir den da einmal rausholen. Ich hole mal ganz kurz den Schüssel, dann zeige ich euch das mal. Machst du da auf und dann kann man das hier so schön rausholen. Was mir persönlich auch ganz gut gefällt, ist diese Option. Ich weiß nicht, ob du das so sehen kannst. Könntest du hier mal unter filmen. Haben die gleich von vorne rein einen Schutzbutton angeklebt. Das heißt, wenn man den jetzt so rein macht und man macht den auf, dann haut man da nicht gegen den Lack. Mal mitgedacht. So, dann ist er wieder drin. Wenn wir schon mal dabei sind, kleine Eckdaten. 250 Watt hat der Akku und 70 Newtonmeter Drehmoment schiebt er an. Hat fünf Fahrstufen und das ganze Fahrrad hat halt ein Gewicht von 35 Kilo mit dem Akku zusammen. Den Akku kann man auch laden über diesen Anschluss hier. Da wäre dann die Ladezeit bei fünfeinhalb bis sechs Stunden und auch zu Hause, wenn du den rausgenommen hast. Was mir dann gerade noch auffällt, wo man hier unten ist, die Schutzbleche sind aus Alu. Sonst sind das immer nur irgendwelche Plastikteile oder so. Aber hier finde ich richtig gut. Dann ist mir noch aufgefallen, die Halterung bzw. wo du den Halter anschrauben kannst für die Getränkeflasche. Die ist sogar hier oben mit dran. Auch eine coole Option. Kannst du von beiden Seiten nehmen. Und dann haben wir hier vorne nochmal einen Anschluss bzw. eine Vorrichtung, wo du einen Gepäckträger anschrauben kannst. So ein vorderen nochmal. So ein Körbchen. Was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, weil ich gerade ein bisschen umswitche jetzt, weil das einen Trittfrequenzsensor hat. Deswegen haben man da fünf Fahrstufen hinterlegt. Die erste Fahrstufe hat, glaube ich, bei sechs kmh. Die zweite Fahrstufe liegt, glaube ich, bei zehn. Die dritte war jetzt, glaube ich, irgendwie roundabout, bei 16 kmh oder 14 kmh. Die vierte liegt bei 17 oder 18 kmh. Und die fünfte Stufe ist bei 24,5 kmh abgeriegelt. Also 25 kmh fährt das Gerät. Schneller darf man in Deutschland nicht fahren. So und irgendwie hat sich damit halt abgesichert und hat gesagt, okay, wir geben nur eine Freigabe von 24,5 kmh. Hier ist nochmal die Klingel. Das ist auch ein geiler Eyecatcher. Schön mit dem Engby-Logo drauf. Richtig schöne Klingel. Passend zu diesem Fahrrad. Schönes Klopperding. Was wir noch haben, wenn wir schon mal hier oben sind, hier kannst du den Lenker nochmal vernünftig einstellen. So je nachdem, wie du es gerne haben möchtest. Hast du nochmal eine kleine Skala da. Dann haben wir Telegabel-Fehne, Federbeine, wie man das so nennen möchte. Womit du da federn kannst. Und die kannst du halt auch sperren. Dann federt da gar nichts mehr. Für den Straßengebrauch oder für was auch immer man das gerne sperren möchte. Ja, das Licht mache ich mal ganz kurz an oder waschen an. Da ist richtig Alarm vorne drin. Der strahlt richtig schön weit raus. Hatte ich, wo ich morgens zur Arbeit gefahren bin damit. Hat mir richtig gut gefallen. Hat das schön ausgeleuchtet. Achso, was ich noch habe, wollte ich euch auch noch mal zeigen, was mir richtig gut gefällt. Wir gehen mal ganz kurz nach hinten. Und zwar, das Fahrrad hat ein Bremslicht. Finde ich eine richtig, richtig geile Option, wenn du wirklich jetzt im Straßenverkehr damit unterwegs bist. Und das auf beiden Seiten. Rechts hast du die Hinterbremse und links ist die Vorderbremse aktiv. Eine schöne hydraulische Bremse. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. 180er Bremsscheiben drin. Ich habe das Fahrrad nochmal kurz in den Schatten geschoben. Ich möchte euch nochmal eben das Display zeigen. Ich glaube, das kann man hier ein bisschen besser erkennen. Sieht richtig cool aus, wie er einmal hoch und runter läuft. So wie bei den Autos mit den Anzeigen, die immer gehen. Ja, denn was sehen wir hier? Akkustand ist da oben. Kann man das sehen. Da. Hier zeigt er die kmh-Zahl an. Hier haben wir die Fahrstufen. Wenn ich da jetzt auf den Knopf drücke plus, kann ich die ganzen Fahrstufen einstellen. Dann haben wir Warte, ich muss mal selber gucken. Da haben wir Tipp und sowas alles maximal und Kilometerstand. Das ist der richtige Kilometerstand. Das ist glaube ich die Maximalgeschwindigkeit, die man jetzt fährt an dem Tag. Ja. Was ich auch ganz cool finde, die Streifen, die bewegen sich. Damit simuliert er, dass du auf die Straße fährst. Fährst du langsam, bewegen die sich ganz langsam. Fährst du schneller, bewegen die sich richtig schnell. Das finde ich ein cooles Gadget. Gefällt mir ganz gut. Vielleicht kann ich euch das hierher nochmal zeigen bei den ganzen Fahraufnahmen. Hatte ich ja schon erwähnt, das Fahrrad kommt der Teil montiert an. Wenn ihr das Fahrrad habt, habt alles zusammengebaut, zieht nochmal alle anderen Schrauben noch mit nach. Ich hatte nämlich letztens, da waren die Speichen gar nicht richtig fest und hatte mich so ein bisschen gewundert, warum das jetzt so eiert. Da hätte ich im Leben nicht mehr drüber nachgedacht, dass man die auch nochmal nach kontrollieren sollte. Das ist nochmal ein kleiner Tipp von mir. Wir werden jetzt das Fahrrad nochmal testen. Jetzt drehen wir nochmal eine kleine Runde mit dem Ding. Gehen nochmal ins Gelände so ein bisschen rein. Dann nehme ich euch nochmal mit. Das war's. Das war's. Rundberg? Das war's. Rundberg. 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt zeige ich euch mal die Tripfrequenz-Sensoreinstellung. Sorry fürs Wackeln. Das ist die erste Stufe bei 6 kmh. Da zieht er an. Die zweite Stufe liegt dann bei 8,5. Das zieht er richtig an. Jetzt noch mal. Ich bin bei 13 kmh. Die vierte, da schiebt er dann wieder richtig an. 18 kmh. Stufe 5. Endgeschwindigkeit, alles was geht, sind wir dann bei 24,4. Das ist das, was der Hersteller vorgibt. Wenn man jetzt noch Licht anmacht, dunkel das Display nochmal ab. Das ist wieder ausgemacht. Das ist die Voreinstellung. Sobald ich jetzt auf die Bremse gehe, riecht er auch sofort alles ab. Das ist auch eine ganz gute Option. Wenn ich jetzt wieder leicht lostrete, schiebt er wieder an. Und die Bremse hört sofort die Narbe auf, aktiv zu sein. Das machen wir noch eine Stufe schneller. So, Bremse aktiv. Die Narbe ist aus. Mit einer kleinen Verzögerung startet er wieder, wobei man die Bremse loslässt. Dann habe ich jetzt Stufe 1 an. Man merkt, der Sattel ist auch ein Feder gelagert, der Sattel. Aber der ist irgendwie nicht so schön. Der ist eher so stockend, statt geschmeidig oder sonst irgendwas. Dann haben wir die Klingel hier. Die finde ich richtig mega. Man hört die Narbe, die sich gleich wieder andenkt zu arbeiten. Und das ist das, was wir sehen wollen. Ob wir da durchkommen? Wir probieren es mal aus. Ansonsten lege ich mich irgendwie aufs Maul. Aber auch das funktioniert. Und das Fahrrad richtig gut. So, das war unser kleiner Fahrtest. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Ich habe euch auch nochmal den Link in die Videobeschreibung zu diesem Fahrrad. Ich würde sagen, das war es. Bis dahin, euer Ron. Wie viele verschiedene children. Vielen Dank.